Und wir haben ja auch die politischen Forderungen, die wir mit diesen Briefen zum Ausdruck bringen. Jetzt gleich um halb eins werden wir eine Petition auch an unseren Regierungsrat vom Kanton richten. Dort geht es darum, dass der Kanton, der ja jetzt aktuell sehr viele Asylzentren geschlossen hat, dass wir den Regierungsrat auffordern, diese Asylzentren wieder zu öffnen und dem Bund diese Plätze zur Verfügung zu stellen. Wir haben ja gefordert, 5000 geflüchtete Ostseekämpfs entweder in Griechenland oder in Libyen zu evakuieren. Und wir sagen, wir sind alles Menschen. Das ist unsere Haltung. Und alle Menschen gilt dasselbe Recht. Und deshalb fordern wir vom Bundesrat, auch gerade in der humanitären Tradition der Schweiz, dass sie jetzt wirklich handeln. Und wir werden nächste Woche in Bern am 2. Juli diese Petition übergeben. Und werden auch sonst mit unseren politischen Aktivitäten sowohl bei den Solli-Netzen als auch bei den Kirchen weiter engagieren. Und damit es solche Bilder vielleicht nicht mehr gibt es.